Hallo, hier ist Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion. Ich möchte Ihnen den Film Grimhogen vorstellen. Eines gleich vorweg, für zartbeseitete Gemüter ist dieser Film nicht geeignet. Eine Punkband gerät im hintersten Oregon in eine Neonazi-Kneipe. Es kommt zu ersten Brügeleien, aber schlimmer noch, die Band wird auch zufällig Augenzeuge eines Verbrechens. Darauf werden die Punker erst einmal in einen Backstage rum eingesperrt. Die Rednecks sammeln sich draußen und holen ihre Kampfhunde her. Wenn der Konflikt dann eskaliert, geht es blutig zur Sache, die Knochen krachen und das ist wirklich keine Freude. Ein harter Slasher, der aber trotzdem extrem sehenswert ist und auch extrem spannend ist. Ich kann diesen Film nur empfehlen. Außerdem spielt Patrick Stewart mit. Er spielt den Chef dieser Hinterwärter und ist toll gegen sein Helden-Image besetzt. Also wie gesagt, Grimhogen ansehen.